Ja, ich finde es wirklich schön, dass ihr euch zusammenschließt, weil es einer allein nicht packen möchte oder nicht sich übernehmen möchte. Ich finde es total genial. Ich finde es einfach nur genial. Ich freue mich, weil für mich war das jetzt auch neu zu hören, dass da welche sich zusammentun. Und ich denke, ja, warum nicht? Genau so kann es gehen. Wenn der eine den anderen an der Hand nimmt und sagt, lass es uns doch gemeinsam machen, dann kommt jeder von uns nach außen mit seinem, was er zu sagen hat. Und zeigt sich. Und das ist der erste Schritt. Und dann kann noch so viel Neues geschehen. Und ich freue mich auch, dass du zu mir gefunden hast, wie auch immer. Und ich dieses Thema der Trauer vielleicht einfach so ein bisschen in die Menge hinein mischen darf. Dass es immer ein bisschen weicher wird, dass die Menschen einfach dieses Tabu hinter sich lassen können, dass immer mehr Menschen auch über die Trauer reden. Und sie sehen dürfen, hey, es gibt ja auch Fälle, da muss es nicht ewig in diesem totalen Drama bleiben. Und ich hoffe, es gibt ja auch noch einen Moment. Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.